und herzlich willkommen hier auf microreaser tv ich bin's wieder der bio und zusammen spielen wir towncraft immer noch wir müssen also ich wollte auf jeden fall gucken dass wir noch ein bisschen was kräften können erst mal allerdings hier alles abernten bevor es schlecht wird so was war hier du wolltest 40 fisch haben wir wirklich haben wir denn überhaupt also die töne sind schon sehr laut hier wir haben zehnmal fisch da fehlt noch ein bisschen was so ja wir wollten kläften kändel machen die kerze das ist schon mal gut damit kann man nichts machen damit man auch nichts machen auch nicht wachs ziel naja gut einfach alles durchprobieren gut dann nochmal auf den tisch geben und mal gucken iron sheets silber silber muck silber plates gold krone macht hier alles wenig sinn und dann sind wir auch schon wieder fertig so schauen wir mal hier weiter gut hier geht nichts hier haben wir das natürlich wieder das brauchen war jetzt aktuell nicht Guck mal, machen wir mal weiter. Gucken wir zwar schon. Zwei Spiele könnten aber mal gucken. Das geht nicht. Okay. Das geht auch nicht. Nö, nö, nö. Okay, dann geht das hier nix. Schade, schade. Karten. Sollten vielleicht mal einkaufen bei den Leuten. Weil finden wir da irgendwie ein paar Sachen, wo wir halt noch ein bisschen was abstaunen können. Um halt vielleicht mal ein paar neue Sachen zu bauen. Weil aktuell stehen wir hier recht gut da. Und sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen was verkaufen. Eier haben wir noch nicht. So, Leute. Okay, das bist du. Dann schauen wir doch mal nach. Was haben wir denn jetzt hier so alles? Das kann ich hier nirgendswo hinsetzen leider. Schade. Sammeln wir auch noch schnell alles ein hier. Ja. Ne, also noch brauchen wir jetzt hier nicht. So. Na, komm schon. Schanty-Town. Was war denn das? Ach so, hier oben sind jetzt so Schanty-Town. Guck mal ein Town-Rating. Ah, okay. Endlich mal jemand hier zum... So, hier haben wir einmal Hops. Das können wir mal mitnehmen. Denn Brot, Small, Laterne. Hier zwei, das möchte ich gerne mitnehmen. Ähm, Eier. Nö, eigentlich nicht. Gut, was haben wir denn zum Verkaufen? Wir haben hier ein paar Kartoffeln auf jeden Fall. Wie hat sie? Oh, sie hat genug. So, Grapes. So, dann haben wir hier noch Cabbage. Dann haben wir hier noch Iron Tool Bits. New Apples. Kannst du noch haben. Wood Buckets. Brot. Iron Pick Eggs. Barrier. Bands. Toffee Äpfel. Ach so, mehr kann sie schon gar nicht mehr kaufen. Gut. Und wir wollten jetzt den Hops haben. Und wir wollten Wein haben. Okay. So, was hast du denn jetzt hier für eine Quest? Hallo. Ja, das wird hier Quest hier. Achtmal hier. Haben wir nicht. Haben wir nicht. So. Zehn Torsches. Wieder mal Torsches. Wir haben 17 mal. Das können wir machen jetzt. Gut. Dann Kohle. Und. Ne. Machen wir erst mal. Das geht auch nicht. Gut. Dann werden wir mal. ein paar Wood Pools machen. 40 Stück. weg. Zack. Und. Wo haben wir sie? Da sind sie. hier. Ehhh. So. Tausches haben wir hier sogar noch drei hier drinnen. So. Hochschul wieder abgeschlossen. also geldtechnisch den wir echt gut da das problem ist einfach wir wissen jetzt also ich weiß jetzt aktuell nicht wie es hier weitergeht hier wird man der fisch und polen machen aber vier mal gar nicht ein dann gehen wir mal zurück geht sie hier unsere hüttchen es müsste auch schon wieder abgeendet werden was hast du denn hier für sorgen also ihr merkt schon die aufgaben wiederholen sie leider nicht haben wir selber noch nicht ich kenne so eine goldene mission abschließen vielleicht sollten wir gucken was war das vielleicht mal kaufen dieses alle machen so was kann man aus dir machen und alles nichts gebrauchen hierfür das ist schade bretter haben wir schon drinnen ein wenig noch mal zwölf mal von zwischen pol jetzt schwachsinn gewesen glas kann man auch nichts mitmachen mit einer aus gold sogar mit einer aus silber machen tja alles ein bisschen schwer leute so was hast du denn was man kaufen könnte alles nicht das ist nicht schlecht schon wieder nungs vorhin stellen ich habe keine ahnung denn was das sein soll ich will gleich mal am besten mal nachgucken wie man alle herstellt in der pause dass wir das dann auch irgendwie mal hinkriegen dass wir das machen können weil aktuell ich sehe nicht gerade jetzt nichts was ich jetzt hier anders machen kann bauen kann ich jetzt hier auch nichts es gibt hier nichts mehr an der seite hier könnte ich zwar noch Steinmauern bauen und einen Zaun aber es macht alles wenig sinn aber es macht alles wenig sinn aber es macht alles wenig sinn und was hat das für einen sinn und was hat das für einen sinn das weiß ich auch nicht das ist auch schon wieder fertig nein ich nehme jetzt mal keine Quelle an weil ich erst gucken will wie das mit dem Allee funktioniert das nervt mich jetzt ein bisschen denke mal die goldenen das sind die die Hauptfest und die Silbermann sind ja die Nebentfest und ja gut dann würde ich sagen beenden wir erstmal hier die Folge ich mache mir mal jetzt so schlau was wir da jetzt mit dem Allee machen können oder wie wir das überhaupt herstellen können und würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bedanke mich wieder fürs zu gucken tschüss und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten mal